Hallo und guten Tag aus Kaliningrad. Wir möchten Ihnen heute die Bäckerei Charlotta vorstellen, die über mehrere Filialen in der Stadt Kaliningrad verfügt. Eine Filiale befindet sich in der Uliza Gaidara im Norden der Stadt, eine zweite Filiale auf dem Prospekt Mira. Diese Filiale möchten wir Ihnen heute vorstellen. Sowohl von außen wie auch von innen strahlt die Bäckerei, die auch im Restaurantbetrieb arbeitet, Gemütlichkeit aus. Öffnungszeiten von 8 bis 23 Uhr. Als Orientierung für diejenigen, die die Stadt nicht kennen, die Kirche im ehemaligen Stadtteil Amalienau. Die Einrichtung ist modern gehalten. Sie strahlt Sauberkeit und Gemütlichkeit aus. Hervorzuheben ist, dass die Musik nicht, wie in vielen anderen Restaurants, störend ist. Kleine gemütliche Ecken sorgen für gemütliche Gespräche. Die Speisekarte ist ausreichend umfangreich. Für diejenigen, die die russische Sprache nicht verstehen, können sich an den Bildern orientieren. Es wird aber nicht nur ein Restaurantangebot vorgenommen, sondern auch ein Außerhausverkauf angeboten. Musik 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 Musik